Ja, der Könner kommt und möchte betriebswirtschaftlich beraten. Dann ist verständlich. Das passiert mir häufig. So nach 20 Jahren Erfahrung sage ich, es ist der falsche Zugang. Warum? Sie können heute das Betriebswirtschaftliche nicht mehr selber machen. Es ist so aufwendig geworden. Es hat so viele Vorschriften. Es hat so viele Einzelheiten. Sie werden aufgefressen von diesem Verwalt. Deswegen unterscheidet man im Englischen sehr schön zwischen Entrepreneurship auf der einen Seite das Neue in die Welt bringen und Business Administration, nämlich Verwaltung ihres Unternehmens, auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung haben wir im Deutschen leider nicht. Das Wort Unternehmensführung oder Unternehmertum ist da etwas nebulos. Was ist daran das Neue in die Welt bringen? Was ist daran Verwaltung? Wo der alte Unternehmertyp, das war so der Alleskönner und der Zampano, der sozusagen alles, der stolz darauf ist, dass er morgens der erste im Büro ist und abends der letzte. Nur das klingt dann auch leicht nach etwas, was heute nicht mehr so realistisch ist. Die Vorschriften haben einfach zugenommen. Vor 20 Jahren, würde ich noch sagen, konnte ein Unternehmer in alles hineingucken und das einigermaßen verstehen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie müssen delegieren. Sie müssen abgeben. Sie dürfen das gar nicht so sehr in der eigenen Hand behalten. Sie verlieren den Überblick. Sie verlieren den Blick auf den Markt, den Blick für den Horizont. Und das ist sehr schädlich. Also ich, wenn Gründer zu mir kommen mit dieser Haltung, sage ich, ich fürchte, sie gehören zu den 80 Prozent, die nach fünf Jahren nicht mehr dabei sind, weil sie den falschen Fokus setzen. Wenn sie auf Verwaltung setzen in einer hoch konkurrenzintensiven Situation, vor allem wenn sie sich da als Selbstständiger niederlassen wollen, ist ihre Chance leider sehr groß, dass sie nie nach fünf Jahren nicht mehr dabei sein sind, dann haben sie viel geleistet, ist es viel Geld verloren gegangen, ihre Arbeitszeit ist weg, sie stehen vielleicht sogar dann mit dem Makel des Bankvorteurs in der Welt. Ich sage Ihnen mal, russisch Roulette ist eine harmlose Veranstaltung gegenüber Gründen. Beim russisch Roulette ist eine von sechs Patronen scharf. Beim Gründen sind vier von fünf Patronen scharf, 80 Prozent. Also sie müssen schon sehr gut vorbereitet sein. Und die Vorbereitung heißt, sie brauchen heute ein gutes Konzept. Früher war Kapital das erste für ein Stahlwerk, für einen Automobilbau, da brauchte man Kapital. Heute geht es nur um Konzept, kreative Teile. Da brauchen sie vor allem ein sehr gut durchdachtes, ausgearbeitetes Konzept. Versuchen sie von Anfang so viel wie möglich, ihre Unternehmensverwaltung zu delegieren, an professionelle Leute. Wenn sie sagen, das ist zu teuer, das kann ich mir doch am Anfang nicht leisten, da ist die Antwort darauf, wenn sie es mit Professionalität nicht versuchen wollen, versuchen sie es doch mal mit Unprofessionalität. Und sie werden sehen, das kommt zu viel teurer. Vielen Dank.